Wöde, Spinne! Scheiße! Als ob du den Loot jetzt hättest kriegen können! Das kannst du dir abschmeißen! Da musst du flinker werden bei uns, Stefan! Ne, vor allem, ich klopp das erstmal so... Oh! Wöder Wolf! Ja, klopp mal den Wolf genau! Da ist was schon! Hohohohohohohohoho Ich habe eine Bitte an dich! Geist du schon? Geil! Der Wolf! Der Wolf! Der Wolf! Nein! Was wird das da bei euch, Jungs? Der Wolf hat mich im letzten Moment auch angegriffen! Aber ich hatte es so weit geschafft, dass ich Loot frei hatte jetzt! Deswegen... So ein Scheiß! Da hätt' ja noch klappen können! Auf Jungs, kommt! Was war der so weit ist, ey! Den Bogen kannst du eigentlich schon wegschmeißen! Der ist nicht so useless! Huuu! Ne! 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 Warte! Da hat sich der Wolf kurz vor Schluss auch nochmal verpisst! Oh! Äh... Hungrige Gauwölfe! Was brauchen wir noch? Ach... Die Aufenthaltsauto! Genau! Äh... Ja! Kloppen wir mal! So, komm! Weck mir den Scheiß! Ach komm! Ich soll einen Anterschlag machen! Hallo! Komm! Wir lassen mal draufklucken! Hä? Hm? Wollt! Kein Plan! Nimm das! Das! Und das! Und das! Und das! Mein Tier wird dir grad kalt! Kein Loot! Nein! Kein Loot! Drecksack! Warum looten die nix? Kommt ihr eigentlich die Geistesführung auch oder... äh... bekommen nur ich das? Nein! Geistesführung! Das ist ein anderer Zauber von mir! Nö! Das kostet nur du! Okay! Nein! Ja! Fuck you! Nein! Fünf Leute rennen auf den Stein! Ja! Wer nicht! Haha! Oh Mann! Jungs ey! Wir haben ja... Wir betteln uns schon um die... Scheiß Erz! Jup! So muss das sein! So muss das sein! Ach Mann! Also der Tastus Orux! Wuuuuh! Tsch! Hey! Ich hätte dir das abgeben jetzt schon mit dem Erz und so weiter! Ne! Ich nicht! Los! Ein Grauwolf noch! Du hast... Du hast die Abzeichen ja! Du musst dich auch mit sammeln, ne? Ja! Entdecke Abzeichen fehlt mir eins! Achso! So! Ich brauch noch einen Wolf! Ähm... Entdecke Abzeichen? Entdecke Abzeichen hab ich fertig! Ich auch! Wölfe bin ich auch schon fertig! Ja! Ich auch! So jetzt müssen wir da oben nochmal hier die... Die Standorte! Aufenthaltsorte! Wölfe hab ich fertig! Aufenthaltsort! Die vermissten ist nur noch offen! Ja die vermissten ist offen! Äh... Schmeckt gut halt noch besser ist offen! Stimmt! Das ist bei mir auch noch offen! Und äh... Kochkampf ist auch noch offen! Ja die kann ich jetzt auch machen! Okay! Interessant! Ring einsammeln! Und dann müssen wir da hin! Hoch! Ja ja! Ha ha ha! Ha ha ha! Fail ey! Ich glaub ich sollte mich mehr an Nils und weniger an Dominik orientieren! Ha ha ha! Ich glaub irgendwie grundsätzlich erstmal in die falsche Richtung! Ich mach das hier glaub ich schon zum vierten Mal! Diese blöde Questreihe hier! Jaaa! Komm du hast ja auch noch einige Champions hochgezogen! Reicht! Ne insgesamt jetzt... Das ist jetzt mit der vierte! So! Dann wär das nicht auch gleich lustig mit der fetten Spinne da! Oh ja! Das wird lustig! Ja! Der Spinne dauert aber noch was eigentlich! Nein! Das dauert gar nicht mehr so lang! Nö! Habt ihr Kochkampf auch noch offen? Jaaa! Okay! Ja! Ich hab aber schon eins! Ich auch! Du hast vier? Ja! Woher? Ich hab zweimal Blumen gelootet! Fürs Entdeckerabzeichen! Wie lief es denn? Ach so! Alle wohl! Nein nein nein! Wir reden nicht von der Findel! Wir reden unten von dem Kochkampf richtig! Ach so! Davon! Da hab ich auch eins! Ja! Ja! Ich dachte ich rede von der Findelscheiße! Nö! Nö! So! Level ab! Gehen wir hier rein? Ja wir müssen jetzt! Warte! Wir werden erstmal den Schattenklauer auskloppen! Ja! Von mir aus! Machen wir jetzt neun mal! Neun mal! Neun mal! Machen wir den jetzt! Warum neun mal? Ja dann haben wir 10 Beweise! Stimmt! Und gut gelevelt! Meins! 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 Du hast den Wolf an der Backe! Hm? Du hast den Wolf an der Backe! Du auch! Hä hä hä! Hast du ihn denn hier reingepacken? Ja! Ach komm! Kann doch nicht wahr sein jetzt! Du Pisskopp, ey. Ich könnte ihm so einen Arsch aufreißen. Ich frage mich die ganze Zeit, hä, wieso geht's nicht? Auf einmal sehe ich da einen Mighty sitzen, ey. Och, komm, ey. Wir müssen zuerst schlagen. Genau. Die hat gefragt, ob wir Findel haben. Sieben, dreißig ist die, ey. Alter. Okay, Skillpoint setzen. Hm. Nehmen wir den hier. So. Hast du den Beweis, den Beweis hab ich gar nicht gekriegt gerade? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Oder zählt der hier nicht? Nö. Machen wir noch einmal und dann... Am wenigstens hab ich einen Levelaufstieg gekriegt. Ja. Ich hab schon wieder 21% an. Oh, ich hab's so willig aufzauern zu blocken. Ja, ja. Mir macht es gegen den Sinn zu blocken, wisst ihr das? Bei mir bringt es einfach nichts. offenkst. はい. Klitzsch. Klitsch. Ja komm ey. Gut, dass ich geblockt habe. Stefan, dein Leben sieht etwas mau aus. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Vorsicht. Ich bin gerade dabei, das Ganze wieder zurück. Da bin ich auslauern, yay. Jetzt aber zack hier, blöder Köster. Uuuuh, tsch. Und, ja komm. Ich war so klar. Meiner. Bam. Nee, kriegen wir nicht. Aber wir brauchen eh die Dinger nochmal, wir brauchen die noch ein bisschen für die Klavotten und so weiter. Ja. Machen wir noch einmal und dann können wir nicht weiterziehen. Können wir machen. Du darfst mich nur nicht zu springen. Hallo. Ja, jetzt guck mal mein Gesicht an. Das sieht voll lustig aus. Nice. Aber wir haben einen Skull drin. Ja. Ja. Du bist irgendwie an so'n Bären geraten, kann das sein? Ja. Du hast du da so, du hast nicht mal ne Kapuze auf. Ich brauche auch keine scheiß Kapuze. Ich habe ne Tarnmütze. Und durch die Tarnmütze sieht man auch die scheiß Kapuze nicht mehr. Aber die scheiß Kapuze ist heftig. Sind hier keine Priester außer Assassin's Creed oder irgend so'n Bullshit. Aber Assassin's Creed ist cool, ja. Ja, aber trotzdem sind wir keine Bullshit-Priester. Wir sind ja auch kein... Wer sagt denn das wir Priester sind? Ja, guckt euch mal an mit eurem scheiß Kapuze. Guck dich doch mal an, ey. Du bist auch nicht besser. Ich habe wenigstens keine Kapuze. Boah. Schubs mich in den Busch, du Drecksack. Up in den Busch, up in den Busch. Up in de Busch. Ja, komm, schnicken raus, ey. Ey, Glitcher, Alter, wie bei Skyrim mit dem Pferd, ey. Der Glitch bei Skyrim mit dem Pferd war der geilste. Auf jeden Fall. Wo ihr die Wand hochgerannt seid. Ja, Wand im 90 Grad Winkel einfach hoch. Muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, auf, komm, setz doch mal den Skill ein, Digga. Danke. Ja, hau ihn grad weg. Jetzt aber komm, verreck hier. Meiner. Okay, sollte er sich dann reichen. Definitiv. Das ist was geiles. Dadurch, dass ich vor euch, äh, hinter euch laufe, pullt ihr immer schön die Gegner weg und nicht reinlaufe ich. Tjo. Richtig. Mirage. Die Hütte rein, ne? So. Die Quest muss man hier nicht nochmal annehmen. Ja. So. Muss einfach nur an dem Ding stehen bleiben. Nanananana. Haben wir jetzt auch wieder eine Instanz eigentlich? Hä? Ich konnte dir doch letztens hier auch helfen, oder? Nee. Das war eine andere, stimmt. Das war eine andere. Ja. Wir brauchen wir grad mal. Hatte. Da werde ich schon wieder ein bisschen müde bin, ne? Oh. Oh. Muss ich die Olle eigentlich anlabern? Nö, nö. Die macht grad für sich. Dann bleibt nur einfach unter meinem Verlies stehen und fertig. Ach, stimmt. Hier, runter geht's hier, ne? Alter, das ist der schwarze Tee war stark, ey. Oh. Da hab ich den Beutel zu lang drin gelassen. Okay. Also, Nils. Ja. Dazu kann ich jetzt auch was sagen. Ja. Ich hatte letztens früher Früchtetee gemacht, ne? Ja. Ja. Ich dachte mir so, dann nach ner Zeit, ja, hammergeil. Jetzt erst mal den Früchtetee trinken. Und, ähm, da hab ich den getrunken und hab mich gewundert, wieso er so scheiße bitter schmeckt und so was. Mhm. Dann hab ich auf die Uhr geguckt, da hab ich den Beutel ne halbe Stunde drin gelassen. Ja, klar. Ja, klar, ne? Ne halbe Stunde, alter, aber so abartig. Ja. 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 Die kleinen Spinnchen mussten wir hier ja klatschen. Ja, ja. Haben wir auch erstmal gemacht. Ist alle weg. Guck mal. Vielleicht erstmal die große Spinne. Wahrscheinlich. Wenn da einfach kleine Spinnen sind. Ja. Irgendwo sollte hier gleich ne große kommen. Ja, ich hoffe zwar nicht, aber... Ja doch, irgendwo kam noch was. Ja, ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr aus welcher Ecke. Nice. Bei mir ist sie noch nicht da. Nein, lass mich auch egal jetzt angucken, Digga. Oh! Hä, bei mir kommt sie nicht. Ach da. Oh ey. Ja. Kaum drehe ich den Rücken der Ecke und dann kommt die, ey. Ja, das war so, bei dem stand die Spinne auf einmal innen. Ja, ja, lass kurz geht. Kommt vor. Wollt ich halt auch mal von innen sehen. Na lecker. Hahaha. Ah, die kleinen Spinnen nerven. Ah. Ja. Die kleinen hab ich zum Glück alle vorher getötet. Sonst hätte die Wurzeln... Kommt gleich nochmal. Wollt ja nochmal ein paar kleine Knöpfe. Großes Büchlein, dann zu ihr. Ah, das Gift bringt mich um. Das Gift bringt mich um. Stell dich mal nicht an. Du bist ein Kleriker, eigentlich kannst du dich am besten... Ja eben. Ja, das Gift hab ich gekillt. Hahaha. Nein. Wie bitter ist das. Das ist einfach... Ja, dadurch, dass die kleinen Spinnen noch da waren und ich das Gift auf mir hatte, konnte ich nicht stehen bleiben, um mich zu heilen, weil... Du musst ja stehen bleiben, damit du dich heilen kannst. Hahaha. Das ist ja bitter. Ja. Das ist einfach richtig bitter. Ja. Wir warten einfach auf ihn. Schönen wir uns hier hin. Ähm. Ja, was kann man denn noch machen so schön, ne? Hm. 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 Ach, da ist er. Hast du jetzt die Quest fertig oder nicht? Ja. Ja. Das ist einfach mal ein Mitleidsbonus. Hahaha. Juuu. Nein, 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 nein! Abbrechen! Wie war nochmal dieses andere da? Keine Ahnung. Was war das denn nochmal? Wo du auf den zeigst. Und... Meinst du? Ah, fuck. Ja, aber jetzt... Ja, aber jetzt... Ja, genau. Taunt. Du stirbst. Ja, mein kleiner Bruder war vor mir am PC und der hat das schöne Cups Lock aktiviert. So, dann... Genau, wir müssen jetzt... Gehen wir erstmal da zurück. Erstmal da zurück. Kollege, das den kannst du nicht zerstören. Brauchst du nicht draufballern. Hahaha. Ja.